so wenn es dagegen die niederlande zum trost wollte ich sagen gibt kebab und gas ja bis der beurte tatsächlich auch echt uhr viel dann wenn wir auch so auf die niederlande leider eine verpatzte wm gehabt oh ja dann dürfen es gleich gingen wie er mit sieger an aber haben sich gestärkt da habe ich bei den lost moment gehabt alle die von der beck ist bisher gegeben und ich mach 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 und habe spiel gespielt und denke ich mir den durch dann später einlösen das muss ich schon aufhören und dann komme ich drauf ich habe ein spiel habe ich würde mich die spiele rauskommt dass ich die es bis hier nicht machen ich bin drauf kommen sieben stunden vor ablauf also fast wäre nicht dabei gewesen aber ich glaube dass klug ja gut also die polen unverändert wettbewerb gestartet und starten recht gut zaleski auf schloss gute stadt das hat man wenigstens mal einen neuen torwart gesehen noch sehen hat man nicht nur fliegen fliegen also so ein neun tormer da habe ich jetzt doch gut wer wkost spielt ja auch schon wie der ist der young das hat mich sehr gefreut dass ich den gezogen habe von der beck jetzt müssen wir aufpassen hart aber fair er holt den ball mit der grätsche gutes auge in dieser situation entscheidender vorteil da ist die chance aber am ende kommt nur dieser eher harmlose schuss dabei rum olic habe ich sogar heute noch gemacht boah arkadius schmilik kann erstmal befreien und jetzt ist der ball erstmal raus Ball wird abgefangen ein spieler sitzt also ein spieler jetzt sitzen glaube ich noch mehrere auf der bank aber ein spieler sitzt auf der bank auch noch dann wird man nach der halbzeit fix bringen jetzt ja gut gemacht bei diesem block boah und die beine schöne aktion da verlieren sie den ball halte noch mehr fest oder wirklich mit dem ball fast damit festhalten ich habe jetzt so gut zuwachs bekommen mal quasi oder das ist das ich sogar war so er aussortieren musste dabei und dann habe ich nicht gern gespielt das war und wir sehen es ja der nächste an jetzt müssen sie ja nur aufpassen und den hält er fest gut gemacht und weiter weg ist der ball also w da will kurz genauer nach dem sturm rein na gut stimmt ist ja stimmt eigentlich ja aber absolut keine stimmt Da bin ich schon spannend wie die Verneigungsmessie ist, weil es so gut fand ich jetzt auch nicht der Schuss. Aber ich lass mich da gerne überraschen. Aber De Jong hat mich wirklich gefreut, dass ich den Zung habe. Aber er ist auch stark. Da zieht er ab. Wichtig, den Ball. Das ist hin und her. Da vorne weg. Woah. Das war nix der Bass. Boah, schön. Ja, gut gemacht. Krieg vor Werk. Oh, einer. Ja, aber die Bälle kommen nicht so bis zum letzten Mann auf beiden Seiten. Es sind oft viele nur Versuche da irgendwie den Ball aufs Tor zu bringen. Genau so wie hier. Hm? Genau so wie hier. Genau. Na. Was für eine Aktion. Der muss doch sitzen. Das war Orsch. Der ist auch immer mehr in Fahrt gekommen. oder WM. Auch erst in die Mannschaft gespielt übers Turnier. Aber gut über die. Ist ja nicht voll die Aktion drin, aber es ist doch ein flüssiges Hin und Her. Da kann es die Karte geben. Ja. Erster Vorteil aber der ist dann keiner mehr und jetzt gibt es hier noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schierigen. Kein Problem. Bei der Ecke kommt die Fels auf den Ausland. Jetzt kommt die Ecke. Da kommt aber knapp drüber. er sie verstecken sich nicht so aber das war's das noch oder wird das noch gegeben ein lucky punch quasi gleich zu beginn bring doch mal die polen in front sonst haben sie hinten gut dicht gemacht die niederländer last minute einkauf last minute einkauf sagen wir bitte nicht dass du den heute gekauft hast jetzt ist die pause vorbei wieso fand ich jetzt nicht so wild das ist eine stolze summe muss ja schon höher ja klar sind sie alle mal höher das kommt drauf an was wir es bis jetzt gibt aber trotzdem sind sie gegen seine woche 27 bekommen jetzt mit 37.000 deutlich mehr die 85er ist auch schon für 9000 bekommen aber jetzt gleich mit der stimme da ist was die aber das ist immer so dass sie halt günstigere zeitpunkte aus spiel zu kaufen wenn du sie kaufst nein ja 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 das ist selber wie viel nachdem ich wusste dass sie noch immer so in die höhe steigen hätte ich damals eh noch mehr gekauft habe ich dachte das wird nicht so der gewinn das wären nur 2 300 Münzen ich glaube immer nur 40 oder so ich sehe das das wäre jetzt der big beans gewesen das ist auch da und 300 pro cartridge habe ich gehört da ist deutlich mehr kaufen können dann das mit tabing geht zum beispiel ich denke ich habe ihn noch günstig gekauft also die preise waren weiter höher waren noch aber ich glaube jetzt mal 12 oder so aber vom stream ich habe den vormittag geholt ja ich meine schulinski das ist ein bisschen auch zu armlos eben dann die niederländer die polen zwar auch jetzt nicht so durch die stange kommen sie nicht aber sie kriegen halt auch ihre chancen ab und an und ich meine jetzt mal die besucher nicht so schön das sind 3.000 nützen es gibt eine höhere einkauf und mehr naja ne nur ein beispiel nicht solche achtete Civic es ist das 근데 jetzt haben wir die lücke da mit kommt für den macht der nicht damals 실 verlaut der haare oder man muss sagen feller in die und mit solchen von der richtigen kopf monster ist immer noch kopfball monster also weiß ich nicht wenn ich habe ich nicht spült vor das ist schwer jetzt was macht man auch machen wir das einmal ja aber alles wieder offen bei den niederländern gibt es die zwei special karten stürmer also upgrades die werden auch nice aber ist ja noch zu teuer da gibt es ein stürmer denn dann weiß ich jetzt nicht habe ich den mit da habe ich jetzt nicht mit das auf der reserve 79 der ist jetzt geworden zu so einer violetten blauen karte wir sagen die farben alle nicht zu das war kein guter kopf war klar aber da müssen wir auch mal die abwehr loben das machen sie richtig gut sind dichter nehmen jetzt so gut so schon länger ich habe so kurz nicht sehen aber er kann schon länger dabei sein ja wobei es glaube ich nicht stimme habe ich immer wieder geschaut bei den niederländern ich war normal ist dazu gekommen eben vor kurzem schon zwei händler sind dann das ist nicht eh malen vielleicht malen und unter zweiter wir nur zweihalbwegs bei einem glaube ich bei der wm gespielt die letzten 15 minuten jetzt gott sei dank im eigenen 16 vorteil wenn es im zweikam ja so kann man das ausnehmen und dann wird der vorteil doch abgegriffen wird freistoß geben naja nein Nein! Quarantinsky! Bah! Aber ich stehe da mit ihm jetzt auch keiner mehr anfallen, sonst wird's der vor kurzem rausgekommen. Merken wir auch meistens nur die, die interessant zum Twain sind. Mahlen zum Beispiel. Mahlen hab ich auch noch drei. Was, nach Zahlen? Was? Mahlen nach Zahlen? Ja, genau. Ich hoffe, dass die Zahlen noch mehr werden. Boah! Wir-Wiii! 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 Na gut, da wird Zeit geschunden bis du debbelt. Sicher! Ja! Sehr schön! Da ist die Flanke! Da kann er erst mal klären! oder da sind auch nicht so aus nur aus und weil ich dann wiederholen sind nur eine verletzung gebraucht scheiße heiße minuten noch am schluss